Mit dem Beginn des Aprils öffnet sich ein neues Kapitel für alle Gartenliebhaber. Die frischen Frühlingswinde bringen nicht nur wärmere Temperaturen, sondern auch die Verantwortung, unseren Gärten die nötige Aufmerksamkeit und Pflege zu widmen, die sie verdienen. Nachdem der grobe Frühjahrsputz im März abgeschlossen ist, stehen nun spezifischere Aufgaben an, um die Grundlagen für ein blühendes Gartenjahr zu legen. Von der Vorbereitung der Beete bis hin zur Auswahl der Pflanzen, die unseren Garten schmücken werden. Der April ist eine Zeit der Planung, Vorbereitung und des Handanlegens. Die Vorbereitung der Beete nimmt eine zentrale Stellung in den Gartenarbeiten des Aprils ein. Es ist der ideale Zeitpunkt, um sowohl Flachbeete für die Blumen als auch Hochbeete für das Gemüse anzulegen. Hochbeete bieten dabei nicht nur den Vorteil einer besseren Nährstoffversorgung durch interne Verrottungsprozesse, sondern schützen auch effektiv vor unliebsamen Besuchern wie Schnecken. Die Auswahl der Pflanzen, die unseren Garten bereichern sollen, erfordert sorgfältige Überlegung. Während einige Gewächse wie Tomaten, Paprika und Zucchini noch die wärmeren Tage nach den Eisheiligen im Mai abwarten müssen und zunächst auf der Fensterbank vorbereitet werden, gibt es auch frostunempfindliche Pflanzen, die schon jetzt ihren Platz im Beet finden können. Dazu zählen unter anderem Blattsalat, Zwiebeln und Kartoffeln, die robust genug sind, um auch kühlere Nächte zu überstehen. Neben den Vorbereitungen für das Gemüsebeet ist auch die Blumenpracht ein wichtiger Aspekt der Gartenarbeit im April. Einjährige Sommerblumen wie Kapuzinerkresse und Kornblumen müssen gesät werden, um im Sommer und Herbst ein Farbenmeer im Garten zu entfalten. Auch das Pflanzen von Dalien, Gartenfräsien und anderen Blumen direkt im Beet oder im Kübel sollte nicht aufgeschoben werden, um später in der Saison die volle Blütenpracht genießen zu können. Die Pflege der Gehölze stellt einen weiteren wichtigen Aprilpunkt dar. Weichgehölze wie Rosen und Hortensien werden zurückgeschnitten, um ihr Wachstum zu fördern und einen dichten Wuchs zu erzielen. Hierbei ist Sorgfalt geboten. Schräge Schnitte verhindern Wasseransammlungen, die zu Fäulnis führen könnten. Zudem sollte auf radikale Schnitte Rücksicht auf die Brutvögel genommen werden, um die Harmonie des ökologischen Gleichgewichts im Garten zu wahren. Parallel dazu verdient der Rasen besondere Aufmerksamkeit. Nach einem langen Winter kann Moosbildung ein häufiges Problem darstellen. Das Vertikutieren des Rasens, ein Prozess, der Moos entfernt und die Grasnarbe belüftet, ist essentiell für einen gesunden Rasen. Doch Vorsicht ist geboten, um die Grasnarbe nicht zu strapazieren. Natürliche Hausmittel wie Kaffeesatz können die Rasengesundheit unterstützen und so die Moosbekämpfung erleichtern. Ergänzend dazu tragen auch gezielte Düngemethoden dazu bei, die Rasenfläche zu stärken und Moosbildung effektiv vorzubeugen. Der April ist eine Zeit des Fleißes und der Vorfreude für jeden Hobbygärtner. Die getane Arbeit in Beten, an Gehölzen und dem Rasen legt den Grundstein für ein blühendes und ertragreiches Gartenjahr. Während die Natur langsam ihr volles Potenzial entfaltet, spiegelt sich die Hingabe und Sorgfalt des Gärtners in jedem Spross, jeder Blüte und jedem grünen Blatt wieder. So wird der Garten nicht nur zu einer Oase der Schönheit und des Friedens, sondern auch zu einem Zeugnis der harmonischen Verbindung zwischen Mensch und Natur. Mit jedem gesetzten Samen, jedem Schnitt und jeder liebevollen Pflegehandlung schreibt der Gärtner ein Versprechen für die Zukunft. Ein Versprechen von Wachstum, Vielfalt und Lebensfreude. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, wieso du deinen Garten nicht umgraben solltest, dann schau dir noch dieses Video an.